Vieh erledigt. Das steht ganz schön zu Buche auf unserer Vieh-Erledigungs-Bilanz. Nein! Du bist echt dämlich. Dämlich bist du. Hast du gehört? Dämlich bist du. Dämlich. Dämlich! Das wird ja mal wieder speichern. Ähm, ja. Hm. Das ist, wenn sie ihm nicht das macht, was ich sage. Und sie macht sehr häufig nicht das, was ich sage. Ich überlege gerade, komme ich von da nach da? Ich muss erst mal. Ah, da, da. So, ich musste erst mal Nase putzen. Entschuldigung. Ich muss so viel Nase putzen in letzter Zeit. Ich muss aus dem Müll mal rausdringen. Ich probiere es einfach mal. Was kann schon Schlimmes passieren? Mein Gott! Oh Gott, ich könnte runterfallen und wieder hochspringen müssen. Äh, hochschwimmen müssen. Okay, das war ja einfach. Gut, das mache ich jetzt immer. Also, da lang müssen wir als nächstes. Super! Und von hier müssen wir darauf springen. Ach ja, wir haben es geschafft. Und von hier müssen wir da hinspringen. Gut, dass ich mich daran erinnert habe, wo festhalten ist. Und von hier müssen wir daran springen. Und hier speichern wir erst mal, weil sonst bringt das ja ganz so nichts ab. Und hier machen wir eine kleine Hangelpartie bis zur anderen Seite. Aber wir dürfen jetzt nicht ins Wasser fallen, dann dürfen wir nämlich das Ganze nochmal machen. Und das ist ja nicht so schön, das Ganze nochmal machen zu müssen. Und ich bin so froh, dass in Tombaida, also dass jetzt irgendwann mal Hangeln um Ecken dazu geholt wurde. Weil das hat mich so aufgeregt. Entschuldigung. In Tombaida 1? Dass das manchmal nicht ging. Aber sie haben auch das gut eingebunden, dass es nicht geht. Okay, aber hey. Das hat mich schon aufgeregt. So, ähm. What? Na los! Gut. Hm. Hm, hm. Da ist er! Der Dreizack! Oh, das sieht schon wieder nach einem super, super tollen, ironischerweise super tollen Raum aus hier. Was? Was? Wo? Wo? Ah. Okay, dann doch. Munition! Da! Guck mich mal um. Da unten, da unten sitzt nicht gerade. Ach, da hinten ist auch noch einer. Was? Doch, vergiss es. Schon gespeichert? Sonst lade ich erstmal wieder. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich würde so gerne laden. Ach, ich kann nicht in das Ding anspringen. Okay. Ach, ich dachte, ich hatte gerade gehofft, dass das ist von selbst erledigt. Aber okay. Aber okay. Ähm, ja. Wo springe ich denn jetzt nächstes hin? Natürlich dahin. Ha! Siehst du? Siehst du? Siehst du? Hutsch! Und wir haben den nächsten Dreizack. So, und jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich will wissen, was da hinten ist. Nix, das war ja so klar. Und da? Nix. Und ich hatte gehofft, dass man hier vielleicht was findet. Ach, hier liegt was. Sowas von offensichtlich. Offensichtlich. Wahrscheinlich zu offensichtlich. Gut, dann... Da oben liegt was. Und da lang. Okay. Da oben lag doch was. Ich will doch hoch. Ich will doch hoch, ich will doch hoch, ich will doch hoch. Ich habe Angst. Medipack. Und da auf der anderen Seite den Loch. So, wo ist das Vieh? Da ist das Vieh. Das hat gleich geklappt, ne? Da ist ja auch noch so ein Vieh. Und ich habe schon... Und ich habe schon... Da sind da sogar zwei Viecher. So was. Wie ihr seht, es bringt gar nix. Vielleicht weiß ich ja nicht, ob das was bringt, aber... Da habe ich auch nur noch zwei Muni. Super Idee. Ja, kommt wieder zurück. Kommt her. Toll. Toll, jetzt bin ich ja total schutzlos ausgeliefert. Leuchtarmu, die hilft mir doch nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe schon ein bisschen Angst. Ich werde jetzt erst mal hier hoch. Mir fehlt zwar noch... Ich weiß, dass mir noch einer fehlt. Aber ich weiß auch gar nicht, wo der ist. Der muss ja jetzt auch hier irgendwo in der Nähe sein. Hoffe ich zumindest. Komm, einer fehlt noch. Wenn ich die jetzt nicht finde, dann habe ich echt ein Problem. Ah, hier kommt einer um die Ecke. Das zeige ich doch. Keine Ahnung, wie ich denn... Da ist er. Komm, ich bin hier. Mensch, 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 ist das aufregend Ich spiel nicht gern ohne volle Munition Das merkt man, glaube ich, jetzt ganz schön Das gibt's doch nicht Ja, ja, bitte, 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 bitte Lass es, lass es, lass es, meine Lieblingswaffe sein Ja, wir haben wieder am... Oh, das ist nicht toll Der Herrknott war gnädig zu uns Okay, jetzt müssen wir wieder weiter nach oben Aber wir haben wieder Munition gefunden Ach Gott, diese, diese, dieses Immer bedenken, der Arsch muss so auf, auf Höhe des, des, wo wir reinspringen sind Reinspringen wollen sein Dann funktioniert das Ganze Okay, man hat mir die Pack genommen So Nein Ich kann das noch nicht Oh, das war Glück Und runter da Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee, hier runterzufallen Ja, wir haben jetzt eigentlich alles Und deshalb gehen wir wieder hier runter Okay Okay, hier dürfte jetzt eigentlich nichts kommen Ja, jetzt haben wir vier, ähm, drei Zecke Und jetzt können wir ins nächste Level Das hier ist Ach, endlich In dem Level brauchen wir, glaube ich, nicht Doch, da kommen ja auch solche Viecher Ich habe keine Ahnung Ach, wir werden uns schon fragen Und das Level heißt Der Poseidon Tempel Naja, das war jetzt auch ziemlich sinnig So Darf ich vorstellen, der Poseidon Tempel Ist eigentlich auch ziemlich einfach Wir müssen eigentlich nur hier, ähm, vier Wege lang laufen Und die vier, äh, vier Drei Zecke einsammeln Die drei, vier Zecke einsammeln, ne? Wollte das echt krank sein? Ich dachte, drei Zecke Moment, es waren nur vier Okay Also, klettern wir jetzt hier nach oben Da freuen uns unseren Weg Naja, wir klettern Dann